Hand aufs Herz, wie fühlt man sich? Wie weit guckt der Kackstift raus? Ah ja, 15,6 Zentimeter auf jeden Fall. Ja, das ist Logbuch-Eintrag Nummer 1, mal zurück zu den Wurzeln. Heute ist der 8. Sekte, wir haben es gegen halb zwölf. Wir werden jetzt gleich nach Jutabok fahren. Ich bin nämlich schon vor Ort, schon seit ein paar Tagen mit meiner kleinen Family. Dort werden wir Kevin, Pseudonym, abholen, der ja dann heute Abend den Zeit-Fans-Floor eröffnen wird. Meine Playtime ist ja Samstag. Ich freue mich schon richtig hart, ey. Und ja, dann werden wir uns erstmal aufmachen zum Festival. Dann sehen wir uns da, das Logbuch-Eintrag 1. Ich freue mich richtig hart, ja. Ja, Leute, Logbuch-Eintrag 2. Wir sind jetzt erstmal hier durch den Backstage-Eingang direkt aufs Gelände rauf. Und bevor wir jetzt das Camp aufschlagen, müssen wir natürlich uns erst die Stage angucken. Junge, also ich kann eine Gottesanbeterin erkennen. So richtig stark. Philipp, hör mal auf zu labern, wir lassen uns das jetzt mal wirken. Ja, Mann, jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Jo, Freunde der Nacht, ey, das Camp, das steht jetzt schon. Das steht jetzt schon, es sind noch nicht alle da, aber wir werden jetzt hier erstmal ganz exklusiv beim Opener nachfragen. Kevin, Hand aufs Herz, wie fühlt man sich? Wie weit guckt der Kackstift raus? Ah ja, 15,6 Zentimeter auf jeden Fall. Aber einfach Programm abspulen, so wie immer, oder? Volle Kanne, volle, einfach rein und abfeuern. Ich habe mir null vorbereitet, ich mache das wie immer, es ließ Fahrrad fahren, das verlernt man nicht, gar keinen Kopf machen. Ja, gut, okay. Stick rein, raussuchen, abdrücken, Feuer, zwei Stunden rumgehen lassen. Das wird bleiben. Ja, gut, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ja, gut, ich mache das, ich mache das. Ja, gut, ich mache das, 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 ich Das war's für heute. 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 Das war mega nice. Jetzt gehen wir ein bisschen auf dem Festivalgelände stronzen. Hallo? Scheiße, ich glaub wir müssen selber nachgucken. Ist da jemand? Wir kommen jetzt rein. Ha! 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 Oh mein Gott! Hallo! 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 Hi! Oh, Entschuldigung. Hi! Servus, was geht? Ich hab auch mal eins gemacht. Aua! Ja! Das ist schon saumäßig eng. Guck mal hier, also wer von euch kann dieses tolle Rätsel lösen? Einfach mal in die Kommentare, was denkt ihr, was ist das? Was ist das? Komm, haut in, haut in Wasser. Haut in Wasser. Hau in Wasser. Ha! Guck, guck, jetzt geht's in Wasser. Okay. Was haben wir gelesen, ey? Schmüt. Musik Der hat mich zum Besten mitgenommen.